Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von The Higher-Lower-Game mit Jonathan. Warte mal, nee, ich muss mich andersrum setzen. Was bräuchst du denn jetzt, Kippe und Whisky? Ja, ich suche gerade, aber das geht ja gar nicht. Ich habe auch kurz überlegt, also ob man sich nicht auch mal so hinsetzen kann, weil offensichtlich, der hat ja noch eine Hose an, also. Wieso? Aber, also, wenn das wirklich irgendwie so Whisky oder so ist, dann hat er da aber ordentlich in das Glas reingekippt, ey. Nee, das ist kein, das ist auch viel zu rot. Weiß nicht, was der da trinkt, aber egal. Lass uns mal, hast du jetzt deine Position gefunden? Oder was machst du da? Ja, ich habe meine Position gefunden, aber ich muss mich näher wieder ransetzen. Okay, pass auf, wir spielen Classic, ja? Also, Maroon 5. Oh, heil. Das ist schon richtig schwer. Durchschnittlichen, monatlichen, oder Doctor Who. Also, ich glaube, Maroon 5 hat mehr. Ja, potenziell, aber Doctor Who ist die größte Serie, glaube ich, die ABC zu bieten hat. Läuft das denn noch aktuell? Meinst schon, aber ich glaube, der Hype hat ein bisschen nachgelassen. Doctor Who ist halt wirklich eine Kult-Serie. Das ist, ja, mach lower, aber das kann auch echt higher sein. Ich seh Maroon 5 auch hören. So. Oh. Doppelt so viel, Alter. Scheiße. Jetzt wird er schon wieder los. Oh nein. Am wenigsten sind die Videos lustig, wenn man verloren hat. Okay, okay. Oh mein Gott, höher. Ja, Harvey Weinstein. Wer ist das? Der Ekelsack. Ja, genau. Okay, der hat, ja. Uff. Alter, diese Kombo. What the fuck? Was stimmt denn da nicht? Das ist doch gescriptet. Ja, wobei, er hat ja, also mit Child Marriage hat er, glaube ich, noch nicht so wirklich was zu tun. Der würde die aber auch sagen. Alter, wer googelt da nach? Okay, higher. Jetzt wird schwierig, glaube ich. Oh. Nee, lower. Golf? Hey, Golf? Allgemein Golf? Allgemein Golf. Alleine die ganzen VW-Leute suchen doch danach. Also, oder nach dem Golf von Mexiko. Okay. Also, da bin ich eigentlich bei higher. Eben habe ich für anders gestimmt, deswegen lasse ich mich jetzt einfach überzeugen. Ja. Das wäre auch schon zu krass. Michael Bay, er macht da angeblich nur noch Produzentfilme und er macht auch keine eigenen mehr, deswegen würde ich lower auch sagen, ja. So sieht Michael Bay aus, ich hätte jetzt ehrlich gedacht, er sieht aus wie, er hat Glatze. Weil er ist ja auch ein Partyfoto, ne, schätze ich mal, das ist ja kein... Ja, aber trotzdem, weil, würde ich sagen, er hat Glatze. Warum das denn? Ja, weil ich so, er kam mir so vor, so habe ich so nicht getippt. Ja, das ist gut. Ach du, was sind denn die Suffragetten, Junge? Was weiß ich. Das scheint eine Frauenbewegung zu sein. Die Suffragetten. Suffragettes. Suffragettes. Oh, das könnten auch die Schogetten sein. Lol, Alter, das ist doch die von Schwiegertochter gesucht hier. Bitte was? Ja, da unter dem TT. Hier, das ist doch die, wie heißen die nochmal, die nie einen abkriegt. Und seit jeder Staffel da ist. Äh... Die mit der Flagge, die nach rechts guckt. Ja, die, die, die hier. Andrea, Erika, wie heißt die denn aus dem Mauszeigen nicht? Aber wie heißt die denn nochmal? Erika! Ne, Claudia, du bist der einzige Stern für mich. Die, die überhaupt kein Englisch sprechen kann, aber ich bin leicht... Im Lieben, ich würde Loa sagen. Safe Loa, als ob die so... Boah, das war aber knapp, weil Michael Bay... ... sind die Suffragetten. How to try... Mehr. Ja, mehr. Achso, nicht viel, aber mehr. Twerking auch mehr. Oh, das ist aber auch mehr. Geiler Arsch. Oh, jetzt wird's wieder hart. Das ist aber echt gut gerade. Oh, da würde ich weniger sagen. Paragliden ist doch, also... Ja, ja, ist cool. Sehr gut. Alter, heute... Jetzt haben wir... Sherlock, mehr als 60.000. Ja, aber auch nicht viel, viel mehr, aber... Nee, aber mehr als 60.000, die der von Sherlock haben. Ja, 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 aber nicht so viel mehr. Ja, ist so viel. Was? A Novel by Alice Berg. Wuttering Heights. Also, es ist ein Dreiteiler, aber ich würde weniger sagen. Alter, es ist Moch, Loa. Es ist Moch. Wir haben die Top Ten geschafft, wir haben C geschafft. Wir haben C, wir sind mehr. Oh, Alter. Oder? Uh. Weil es stimmt. Oh, das könnte auch weniger. Das ist schwierig. Das könnte... Könnte auch gleich sein. Könnte weniger sein, weil... Ich glaube, ich würde trotzdem... Ach, ja, nee. Also, wenn... Wuring Heights mehr als Oculus Rift hat, dann weiß ich, dass VR niemals mehr auf einen grünen Zweig kommen wird. Ja, aber... Also, ich schätze mal, die Valve Index, die wird wahrscheinlich aktuell mehr als die Oculus Rift haben, weil die aktueller ist und auch wegen Half-Life-Lex, aber da tut nichts zur Sache. Das ist dann eine gute Idee für mich. Quad Era Demonstrandum, ja, okay. Die ist ja easy. Oh! Porsche hat mehr. Der Porsche ist aber auch schon so ein Nischen-Fahrer. Ja. Oh, Bank of America. Die werden, glaube ich, viel haben, aber 2,7 Millionen ist halt echt viel. Ey, komm. Also, nee, Bank of America ist... Das Problem ist, weißt du, zählt zum Beispiel auch da rein, wenn ich jetzt in Amerika bin und ich will Geld abheben und google einfach Bank of America, dass der dann switcht auf Google Maps, um Automaten zu führen. Wobei, die zahlen eh alle nicht wahr. Dann google ich ja, wenn ich google in meinem Handy, dann suche ich Bank in Amerika oder Bank in der Nähe. Bank, okay. Ja, lower. Okay? Ja, 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 ja. What? What? Aber wir kriegen immer den Beifall. 16 Videos. We're really, really good at this. Let's score in the top 10, ey. Nice. Immerhin, immerhin. Aber jetzt mal, what? Das werden wir in dieser Folge nicht knacken mehr. Oh, Alter, das sagst du so einfach. Wir können abmoderieren. Nee, wir hatten die 10 Minuten noch nicht voll. Wir brauchen ja gar nicht mehr 10 Minuten. Das ist doch gesenkt worden, oder? Ach so, ist das so. Ja, guck mal, da können wir aber abmoderieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Nein, Mann, ich will wissen, ob wir das schaffen. Guck mal hier, Urban Dictionary. 6 Millionen. In Guinness, das ist lower. Guinness ist aber lecker. Ja, ich kann das auch leider viel zu gut trinken. Illuminati hat viel. Keine Ahnung, ich würde sagen, alleine, alleine, Moment, aber alleine Xavier, nein, du kriegst die 301.000 Folie. Okay, dann. Aktuell dann eher wieder higher wegen Corona. Ja, sicher ist das higher. Okay, ja, oh, 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 oh. Aber deutlich. Oh, Emoji könnte auch higher sein. Die haben auch einen ganzen Film gehabt. Das ist, glaube ich, sogar aus dem Film, oder? Oh, fuck. Ja, ja, ja. Okay. Easy 5 Millionen. Wenn es nur der Film gewesen wäre, hätte ich gesagt, lower. Oh, Lein ist lower. Wungi-Jump ist lower. Ja, nee, aber zusätzlich hatten die ja noch. Oh, 7 Millionen. Das ist einfach. Okay, so wenig hätte ich nicht gedacht. Higher, Alter. Temper-Babe-Macken, das ist so ein easy-Higher. Das ist doch aktuell relativ nischig, ne? Genau. So wie die Green Bay Packers. Die sind auch nischen. Alleine dadurch, dass Brady dahin gewechselt ist, kannst du schon... Ui, was? Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nur 246.000 sind. Was ist denn das? Das sieht mir aus wie ein... Das sieht aus wie eine Insektenbekämpfung. Ist das... Ist das ein Insektenbekämpfung? Ja. Und nicht wie einer, der... Dann ist doch einer so eine Insekten... Ja, könnte der da nicht higher sein, weil du nach einem Typen suchst, der deinen Shit da wegmacht. Ich würde higher nehmen. Würde nämlich auch higher nehmen. Also, einfach so gelbe Seiten mäßig gegoogelt. Oh nein. Ich sag ja, das wird richtig, richtig schwer. Puh. Das Pferd ist cool. Okay. Next try. Tiger Woods. Was ist denn David Icke? Ich kenn nur Icke. Ja. Tiger Woods. Von RunNFLK, jo Icke. Ich würde ja jetzt gerne mal gucken, wer David Icke ist. Äh, lower. Das ist irgendeiner, der wichtige Mikro-Sachen macht. Huah, David ist super bekannt. Das ist der bekannteste Name der Welt. Ja, ist der auch. Aber warum geholt man den danach? Vielleicht als Ausflugsziel. Ja. Mehr als David Icke. Das ist kein Ausflugsziel. Ja, siehst du eindeutig. Oh, oh, je. Ja, aber safe. What? Ah, sehr knapp safe. Sagen wir mal. Okay, das ist aber auch safe. Global Warming ist ein Hoax. Also, Periode wird ja wohl über Global Warming sein. Ja, aber warum googelst du nach Periods? Also, Global Warming ist doch ein absolut aktuelles Thema. Naja, als Mann, der keinen Plan davon hat. Aber, ja. Ja. Carboncoalition.org. Ja. Okay. Eigentlich auch gesagt. Aber nicht viel. IBM höher. Oh. Das hätte ich auch höher geschrieben. Die Petra. Hui, das würde ich schon fast lower sagen. Also, ist sehr bekannt. Und, aber. Ich hoffe, also, sie meinen ja wohl auch, ne. Wo liegt die Petra? Die war in. Oh, das hatten wir als Quiz bei. Weil, ich weiß doch, das hatten wir bei diesem Google Maps Ding, wo wir da rumgefahren sind. Ach, echt? Ja, das ist aber auch schon länger her. Und da war die Petra bei. Da waren da noch diese Verkäufer, die da vorstehen. Wo war das denn in? Ich hab's vergessen. Aber ich würde sagen, lower. Okay. Ja. Okay. Fünf. Wäre es wohl nach Petra oder nach Lionel Meezy? Weiß ich auch nicht, wer das ist. Guck mal, das darf ich nicht mal sagen, ob ich lower haben möchte. United Arab Emirates. Alter, das ist schon wieder so eine scheiße Bank of America. Meinst du, dass das mehr hat? Das sind die, also es ist das Land, oder? Ich weiß auch nicht, was sie damit genau meinen. UAE, klar, UAE ist das. Sie meinen das Land. Das ist das Land. Das ist so wie Germany. Ähm. Das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja. Alter. Was ist denn da aktuell? Keine Ahnung, oder? Oh, 1,8 Millionen ist schon wieder so ein Burenwert. Das ist echt eine Kackzahl. Also wäre da jetzt so 200.000, würde ich Save Higher sagen, aber. Ja, okay, dann nehmen wir lower. Warum sollte man nach den Vereinigten Arabischen Emiraten suchen? Weil. Aktuell kannst du keinen Urlaub machen. Okay. Ah, sehr gut. Sehr gut, ja. Skype. Oh Gott, wie armselig. Aber aktuell dürfte Skype Higher sein, oder? Jeder muss das runterladen, um von da aus skypen zu können. Jeder nutzt den Buch. Weil. Ja. 20 Millionen. Ui. Ja, ist auch lower. Ja, würde ich auch sagen. 20 Millionen ist einfach eine krasse Ausnahme. Aber 2 Millionen ist trotzdem. Äh. Weniger. Weniger. Jawohl. Wir sind schon wieder in Top 10. Ja, okay. Also ist auch wieder das 27.000er Bereich. Ja, weniger als Katalonien. 27.100. Okay, nicht ganz. Oh, schwierig. Macht der noch was? Deadly wird ja wohl bekannter sein als Airhockey. Ja, ist der auch. Aber hat er aktuell noch. Ja. Guckst du den Film und guckst du an, oh, was macht Deadly denn noch? Ja. Wüsste gar nicht, dass der mit L.I. geschrieben wird. Geil. Ha, ja. Ja. Oder? Ja. Also alles andere wäre. Oh, wow. What? Okay, weniger. What? Marvin Gaye oder Geier. Oh, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Marvin Gaye ist schon krass. 500 Millionen, Junge. Ich weiß, hatten wir schon mal mehr? 5 oder 6 Millionen? Nee, ich glaube nicht. Holy shit. Das geht jetzt, glaube ich. Ich glaube, das sind nicht mal 100.000. Okay, Traun. Alter, wer ist denn Marvin? When I get the feeling of the sexual eating. Echt? Okay. Das ist, glaube ich, Marvin Gaye. X-Factor hat mehr, oder? Da werden aktuell Folgen von produziert in Amerika. Ja, da gibt es immer Folgen von. X-Factor ist höher. Ach du Scheiße, nein. Oh nein, mal 15. Aber wir haben die 13 geknackt, Jay. Nein. Hä, wir hatten nicht 17? Nein, wir hatten 13, oder? Scheiße. Echt jetzt? Ich kann aber auch nicht nach. Nein, wir hatten 17. Ich kann aber auch nicht mehr nach. Nein, wir hatten doch nicht 17. Das war super. Doch, ich glaube, wir hatten 17. Echt? Nicht? Aber 15 ist auch gut, ne? Top 10. Ich meine, mit 9 bist du schon in Top 10. Ja, finde ich auch. Aber mal ganz ehrlich, also, ich würde gerne, warte mal, okay, David Icke ist ein britischer Publizist und ehemaliger Fußballprofi von Leicester. Ne, in Leicester hat er gewohnt, warte mal, wo hat er denn gespielt? Oh, natürlich, Coventry City. Null Tore und null Spiele. Hä? Hä? 37 Spiele für Herford United von 71 bis 73. Wer kennt ihn? Krasser Fußballprofi, ey. Vielleicht ist der... Da, was ist der? Der ist Verschwörungstheoretiker. Seit Mitte der 90er als rechtsesoterische Verschwörungs... Wow. Okay. Geil. Wen hatten wir noch? Der hat doch dieselbe Frisur wie Boris Johnson. Gay, wie hieß der denn mit vorne? Marvin Gay. Ach, Marvin. Marvin Gay. When I get that feeling... Ah, lol. Das Bild sah doch ganz anders aus, oder? Okay. Ja gut. Soul und R&B-Sänger. Okay, okay. Und dann unten, unten, wie heißt das Lied? Da steht doch bestimmt nur die Diskographie oder so. Sexual Healing da unten. Ja, na ja. Dieses Album enthielt einer seiner bekanntesten Songs. Okay. Dann haben wir da... Ja, Leute, das war mal wieder eine Folge Higher and Lower. Also ich weiß noch nicht, ob wir über 17 waren. Das müsste ich nochmal nach... Ich kann nicht nachgucken, weil die Datei wird gerade geschrieben. Aber 15 hatten wir auf jeden Fall. Wenn ihr über 15 kommt, lasst uns das gerne mal wissen, ohne natürlich zu googeln. Glaube ich nämlich auch nicht. Ja, ansonsten vielen Dank für's Zuschauen und einen wunderschönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.